Richtig trainieren in der Menopause ist wirklich ganz, ganz schnell erklärt, total verrückt, mäßig, aber regelmäßig. Und ihr findet hier auf meinem YouTube-Kanal so viele kleine, nette, schöne, auch unterschiedliche Einheiten. Unter anderem Express Cardio Workout. Das wäre der totale Klassiker. An meiner Seite damals Marion Moser, die zeigt es intensiv. Und gerade wir Mädels vor in während der Menopause, bitte in dem Fall der Klassiker, nicht der Marion folgen. Auch wenn ihr denkt, boah, ich will wieder abnehmen, mehr, 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 höher, schneller, weiter. In dem Fall nicht. Dafür an Tagen Stimmungsschwankung, traurig, 0,0 Bock auf Sport. Wir sind eher im Minusbereich. Definitiv sich sagen und wenn es nur eine ganz kleine Dehnungseinheit, ein kleiner Spaziergang draußen, ein Stützen am Baum. Bei Body-Mind-Improvement nur die erste Runde. In dem Fall mit dem absoluten Einsteiger trainieren. Aber, und jetzt kommt vielleicht kurz der kleine Schock, tatsächlich täglich, und auch hier bitte nicht unter Druck setzen, eine kleine Yoga-Einheit. Nicht 10.000 Schritte, sondern 5.000. Inspirationen hier bei YouTube holen. Vielleicht auch mal wieder mit dem Freund, Freundin zum Tanzen gehen. Und vielleicht auch wenn sonst Zumba, High Intensity, höher, schneller, weiter, definitiv auf deinem Plan stand, kann ich dir hier sagen, weniger ist in dem Fall definitiv mehr. Und würde dich gerade in der Menopause deutlich besser unterstützen. Wenn dir das gefallen hat, Daumen nach oben, gerne Kanal abonnieren, was nicht heißt, dass man nicht irgendwann mal wieder deutlich intensiver trainieren kann. Nur an einem traurigen Tag definitiv nicht.